Hallo und herzlich willkommen zurück zu Orkos Legacy. Jetzt wollen wir hier mal einen Kampf hier machen. Beim letzten Mal haben wir hier Scheiße gebaut, ich weiß. Und jetzt wollen wir hier mal ein bisschen aufräumen, hier den ganzen Scheiß hier. Komm, wo seid ihr, ihr Deppen? Da hinten. Das war's für dich. Was für dich. Wo sollen wir tränken? Ich muss wieder Tränke holen und so. Boah, ich... ey, wir sind immer noch am Sicken. Sag bloß, ich muss das hier machen, oder? Magst du schmerzen? Ja, na klar, brauch ich schmerzen. Ein Ringling. Cool. Wir haben zwei Tränke, komm. Wir müssen irgendwo was kaufen gehen und tränken und so. Wir haben so viel Geld, wir müssen noch was machen. Ah, hier ist... hier ist ein... Wollen wir mal ganz schön dran vorbeigehen? Warten wir gerade, hier drei. Ich glaube einen Talentpunkt habe ich noch, ne? Ja. Auf kann ich nicht, ne? Wenn ich nur diesen Flieger und dieses Kind in den Finger kriege. Ich glaube einen Talentpunkt habe ich noch, aber nicht. Wenn ich, diese Flieger auskommstします. Oh, nein, ich bin hier in der Gegend bin. Wir haben das nicht. Ich glaube einen Talentpunkt. Ich bin hier in der Gegend. Ich bin hier in der Gegend. Ich muss auch mal ein bisschen schleichen. Lalalalalala, Scheiße. Komm raus aus dem Scheiß hier. Ach du Scheiße, aber jetzt. Wow, die haben aber gut gekillt. Ich weiß da unten noch welche. Da ist noch einer. Da ist noch einer drauf. Hallo? Nicht besonders krug. War nicht besonders krug von dir. Wie geil ist das denn gewesen? Nicht besonders krug. Nicht besonders krug. Nicht besonders krug. Ah ja, genau. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Nein! Eine Prüfung Reinies. Hohohoho. Ah, ich muss immer nacheinander. Okay. Mach mir die Kacke mal weg. Nee! Ich bin die Idee. Ich weiß nicht. Ich bin die Idee. Nein! Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin die Idee. Ich bin das. Achso, am besten, wir machen es anders, wir machen es anders. Achso, dann muss man es anders machen. Ihr habt die letzte Folge nicht gesehen, hahaha. Ein kleiner Trick Hierarchik Zaubertrick. Sehr gut, sehr gut. Hier unten nicht, aber da, ne? Das hatten wir schon, Momentchen, hier noch was. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist da draußen los? Okay. Ja. Okay. 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 Wieder mal auf Abendfeuertour. Wir werden auch mal alles bisschen mehr abfliegen, dann vielleicht, dann gucken wir mal. Was wir schon gekillt haben, haben wir gekillt und dann ist es gut, dann gucken wir mal. Aber ich will auch gerne so drüber stiegen. Mal gucken, ob wir es damit hinkriegen. Dann nehmen wir es raus, das war ja das. Komm, Tringo! Reveglio! Reveglio! Komm, Tringo! Diese Prüfungen in Merlins kriegen mich nicht klein. Ja, ja, kriegen wir uns mit den Däniken und Streifen. Jetzt dann gäbe ich noch eine Höhle. Vielleicht ist es die, die so geöffnet werden konnte. Wer weiß das schon. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Könnte, muss aber nicht. Und der bricht den Überkopphieb eines brennenden. Okay. Sonst haben wir nichts, ne? Das ist im Prinzip, ach. Sonst haben wir nichts, ne? Reveglio! Vom Bach! Vom Tringo! Vom Tringo! Okay. Reveglio! Na ja, gut. Na ja! Alles klar. Ist die Höhle jetzt weg im Prinzip? Vielleicht ist noch was, ne? No. Protego! Reveglio! Warte mal. gut. So, man muss schon ein bisschen hier durch die Gegend suchen. Sonst hat man nichts. Also, sonst finden wir ja gar nichts. Hier ist auch noch was. Auch noch was. Ah! Da ist das wo wir waren, oder? Komm, dringend! Bombardier! Ah, ok. Na ja, gut. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber... Ist ja gut. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Warte, wo war er denn jetzt hier? Ah, da ist ja ein Würfel. Bin ich mal gespannt, ob dieser Würfel das macht, was er soll. Bin ich mal gespannt. Der macht's nicht. Guck mal, ich komm nicht rein. Äh... Man, ey! Hier das! Nein! Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Der macht einfach nicht, dass das er soll. Der macht nicht, was er soll. Weil, guck mal. Weil, guck mal. Normalerweise müsst ihr ja auch anzeigen was. Der macht aber nicht. Der zeigt ja gar nichts an. Mach ich irgendwas falsch? Ne, ne? Im Prinzip doch nicht, oder? Boah, Merlin! 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 Boah, ist der Hammer! Was ist das hier? Kleins Banditenlager. Hier! Ich hab keine Ahnung, warum. Ich mach grad nichts falsch, oder? Wie ist das hier? Ich hab keine Ahnung, oder? Spannende Musik Wer hier wohl gelebt hat? Wer hier wohl gelebt hat? Ich sag schon nichts mehr. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Also jetzt, das wollte ich machen. Okay. Also andersrum. Okay. Oh, der ist nur rausgekommen. Es fahe. Das hat schon bessere Tage erlebt. Ich will ihn auch gleich verkaufen. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Benrock hat euch alle in den Untergang geführt. Hier muss es aber sein. Hier muss es aber sein. Was ist das denn? Was ist denn das jetzt hier? Ohne Scheiß. Hä? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Nee, bin ich blöd. Ach guck mal, Cookie Den zwei Phasen. Ich glaube, ich geb mal ein bisschen auf. Ich geb mich auf, aber oh Mann ey, langsam irgendwie. Ja. Da hab ich doch fast gedacht. Das war nicht allzu schwer. Okay. Ja. Kaputtes Fernglas. Dieses kaputte Fernglas wurde von Muggeln zurückgelassen. Die versuchten einen seltsamen aus in den Bären aufzuspüren, bei dem es sich aber wahrscheinlich um die Migius handelt. Sie konnten bei bestem Willen nicht verstehen, wie das so schnell verschwinden und scheiden konnte. Okay. Verkauf mal das ganze Scheiß mal. Dann schauen wir mal, ja? Ja, genau. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. So, dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. So. Ich will mal das gucken. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Danke. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Fand ich auch gut. Ey, ist die Folge schon wieder zu Ende? Ich kacke ins Hemd, ne? Wo bin ich jetzt hier? Ach, da. So, wir müssen uns doch mal die ja noch anhören. Wir können auch mal so eine Folge machen, wo wir wirklich mal die ganzen Sachen einfach mal machen, die da sind. Und einfach mal ab. Ach du Scheiße, ehrlich. Ich speichere mal kurz ab. Wir gucken mal. Was haben wir denn hier erstmal? Kampf. Wir siegen 100 schwarze Magier. Abgeschossen. 100 Kobolde. Der Kugel. Talente, Talentpunkt könnte ich vergeben. Dann machen wir nächste Folge. Sammlung habe ich keinen Bock drauf. Ausrüstung. Na ja, gut. Haben wir jetzt eigentlich gespeichert? Ja, ne? Eher haben wir nicht, ne? Ne, jetzt machen wir nächste. Du bist hier? Gut. Machen wir nächste Folge. Alles klar. Danke fürs Zugucken. Und gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren. Vlog zu aktivieren. Kommentar da lassen. Ich danke fürs Zugucken. Bis dann. Euer Psy bei Bad Baby Rock'n'Roll. Sebastian hat mir eine Eule geschickt und mir drittgeteilt, dass er eine Spur zur Relikt gefunden hat, das anhelfen könnte. Ja, das dauert noch was länger. Ich wünsche euch was. Danke.